Hallo, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Zweiter Teil Rote Bläser. Ich erkläre euch heute wieder, wie ihr aus den Sachen, die ihr eh im Kleiderschrank habt, einen Hingucker macht, statt es in die Kleiderspende zu geben oder ewig nach hinten zu schieben. Holt eure Sachen raus und legt die in eure kleine Schatzkiste, wie ich immer sage. Werft bitte nichts mehr weg. Macht euch eine Kiste fertig von allen Sachen, die noch super sind, die viel zu schade für die Kleiderspende sind und dann macht was Tolles draus. Ich zeige euch in ganz, ganz, ganz vielen Videos, wie ihr aus allem, wirklich aus allem was Tolles machen könnt. Schmeißt bitte nichts mehr weg. Weder Textilien, noch Schuhe, noch Taschen, noch Gürtel, noch Dessous, noch Unterwäsche, echt gar nichts. Ihr könnt alles noch verwerten. Schaut in die Videos rein und schaut euch an, was man draus machen kann. Wir haben heute den zweiten Teil Rote Bläser. Einen Teil habe ich schon. Wir haben jetzt noch vier weitere Ideen gemacht. Und ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen Animo, selbst noch was zu machen. Alle Sachen, die wir hier machen, sind mit der Hand aufgepeppt. Ihr braucht keine Nähmaschine. Ihr könnt das alles Stück für Stück nach und nach abends völlig tiefenentspannt, entweder alleine oder mit euren Freunden nacharbeiten. Ich zeige euch die Ideen. Zeige euch wirklich jetzt hier nur die Ideen, weil wir haben ein Anfängervideo drin. Das geht zwei Stunden. Das haben wir jetzt zusammengeschnitten auf 20 Minuten. Alle Stücke, alles, was ich euch zeige, sind immer nur vier Schritte. Wie kriege ich die Sachen, wie stecke ich die an, wie hefte ich sie, wie brenne ich die Stoffe ab, die ausfransen und wie mache ich es mit Kreuzstichrand. Es sind immer vier Schritte. Seid so lieb und schaut euch das Anfängervideo an, das alles ganz, ganz pingelig genau erklärt, welche Materialien ihr verwenden müsst, welche Nadeln, welche, das alles noch. Wenn ich das jedes Mal mal neu erkläre, dann dauern die Videos einfach viel zu lange. Okay, jetzt die Ideen. Rotabläser. Achso, habe ich noch vergessen. Schaut mal, das ist übrigens die fertige Jacke aus dem Videostrick im Pink. Wer sich das angeschaut hat, so ist das jetzt fertig geworden. Habe ich fertig gemacht für euch mit den Wollaccessoires. Schaut mal bei Stricken rein, das werden auch ganz viel Stricken. So, jetzt zurück zu den Bläsern. Das war ein einfacher, roter Bläser. Schaut mal. Da war nichts dran und da war nichts dran. Der war süß gefüttert, aber eben halt ohne irgendwas. Schaut mal, und alles, was wir gemacht haben. Ihr habt auf allen Bläsern immer die Nähte. Die sind schon vorgegeben. Schaut euch mal eure Bläser an. Und diese Nähte verschönern wir einfach nur mit einem Kreuzstich. Das heißt, es wird einmal runtergenäht, einmal hochgenäht, wodurch dieses Kreuz entsteht. Ihr habt eine super Deko. Guckt euch das mal an. Das ist immer super tailliert. Alle Nähte. Schaut mal, hier vorne haben wir das auch gemacht. Seht ihr das? Einfach die Nähte. Guckt mal, wie ganz anders das schon aussieht. So, dasselbe könnt ihr an den Ärmeln. Habt ihr auch immer hinten diese Mittelnäht. Die sind an jedem Ärmel dran. Könnt ihr auch nochmal dekorieren. Schaut mal. Mit welchen Farben ihr das macht, ist komplett euch überlassen. So, das heißt, das Einzige, was ihr dazu braucht, ist wirklich Stickgarne. Entweder holt euch hier die kleinen. Wir haben hier weiß und blau genommen. Schaut mal, diese Stickgarne kosten wirklich ganz, ganz, ganz wenig Geld. Holt euch alle Farben und dann könnt ihr das so kombinieren, wie ihr wollt. Die nähen sich so toll. Und durch diesen Seideneffekt sehen die nochmal richtig nobel aus. So, und um die zu vernähen, sage ich in jedem Video, holt euch diese Zaubernadeln, Wundernadeln. Wie auch immer die heißen, die gibt es hier in den Discountern. Entweder steht draus selbst entfädelnde Nadeln oder Wundernadeln. Kinder, ihr braucht nicht mehr einfädeln, das ist so optimal. Ihr habt oben Haken und klickt den Faden einfach nur rein. Ihr könnt hintereinander wegnähen. Ne, auch die, die keinen Faden mehr eingefädelt bekommen. Holt euch diese Nadeln. Da passt komischerweise auch alles rein. Die sehen so winzig und klein aus, aber ihr kriegt sogar Wolle da rein. Glaubt es mir, probiert es aus. So, 1 Euro, kann man nichts verkehrt machen. So, was war hier noch gemacht? Schaut mal, wir haben so Bänder geholt. Zeige ich euch nachher noch ein anderes Beispiel. So ganz dünne Bänder, die kriegt ihr immer von der ganzen Rolle. Kostet auch nicht viel. Und haben uns so die Klassiker hier mal geholt. Blau, weiß, rot. Passt auf so viele Sachen raus. Und dieses Band, schaut mal, wir haben nichts weiter gemacht, wie das einfach aufs Revers hier draufzusetzen. Und anzunähen. Auch wieder mit einem Kreuzstich. Ihr habt immer noch mal rechts und links die super Deko. Schaut mal, und hier haben wir auch nur das rangesetzt von beiden Seiten Stück. Haben was übrig gelassen in der Mitte. Haben es abgeschnitten und haben Schleifchen draus gemacht. Die Schleifchen müsstet ihr noch mal einmal vernähen, damit die so bleiben, damit die nicht immer aufhielen. So, und genau dasselbe hier an den Ärmel. Schaut mal. Dafür haben wir vielleicht einen Meter von diesem Band gebraucht. Holt euch ruhig so eine ganze Rolle. Ihr werdet es in irgendwo verbraucht das. So, und mehr haben wir hier nicht gemacht. Schaut mal. Das ist ja noch mal von vorne. Und hinten haben wir noch mal so eine Deko eingesetzt, als wenn hier was wäre. Da war gar nichts. So, zum Teil hier noch mal. Auch mit Schleifchen wieder, damit der hintere Teil auch dazu passt. Und mehr haben wir da nicht dran gemacht. Und schaut mal, wie cool der aussieht. Hier haben wir noch als letztes I-Tüpfelchen auf die Knöpfe dieses Band draufgeklebt mit Heißkleber. So, dass alles wirklich super, super, super zusammenpasst. Und ihr braucht nichts weiter wie einen Bläser, den ihr im Schrank habt. Diese Bänder, diese Stickgarn und die Wunderladen. Das war's. So, das war meine erste Idee. Dann kommt die zweite. Schaut mal. War auch ein ganz einfacher, roter Bläser. Wie viele Bläser sind noch im Schrank? Die wir nicht anziehen, weil die einfach zu langweilig sind. So, was haben wir hier gemacht? Wir haben den Bläser mit dem Tuch besetzt. Schaut eure Tücher durch. So, schaut mal, wir haben so tolle Tücher. Die sind toll. Aber wenn man die umbindet, so um den Hals, geht eigentlich das ganze Muster verloren. Die liegen im Schrank. Und man benutzt die gar nicht. Holt die raus und setzt die auf eure Bläser. So, egal welche Farbe, ich hab die in allen Farben. Hier haben wir ein rotes genommen. Schaut mal, und haben das wirklich, ich mach das mal nochmal kurz auf hier, dass ihr das richtig seht. Ihr müsst die Tücher bis rein nähen. Also, ihr könnt es ja auch aufs Revier drauf machen, aber wenn das aufschlägt, sieht das doof aus. Schaut mal. Richtig bis rein nähen. Seht ihr das? Das ganze innere Stück, wenn der Bläser aufschlägt, sieht es immer noch toll aus. Wir haben hier auch wirklich den ganzen Kragen, schaut mal, außen und innen bestückt. Haben es auf das Rückenteil aufgemacht. Gerade. Seht ihr das? Bis zur Schulter. Ihr habt die vorgegebene Nähte, wo es ran muss. Immer vorgegeben auf den Sachen. Nur hier unten sucht ihr euch eine gerade Linie, wie lang ihr das haben möchtet. Ansonsten habt ihr immer die vorgegebene Nähte. Nutzt die. Und versucht nicht, das Tuch rumzuschlagen und gleich vorne weiterzunähen. Kriegt ihr nicht hin, weil Seite ist. Nicht so einfach zu nähen, dass es wirklich so schön gerade sitzt. Macht es einzeln. Trennt es hier oben ab, steckt es an die Schulter an, macht dann das Vorderteil und näht es dann erst zusammen. Ihr kriegt es in einem Stück nicht hin. Glaubt mir, ich habe schon hunderte von Tüchern vernäht. So, unten genau dasselbe. Bei den meisten Bläsern haben wir es unten immer gerade gemacht. Also einfach einen breiten Schreiben geschnitten und den rumgenäht. Hier haben wir uns mal noch das so einvernassen und haben eine Spitze mit reingemacht. Fand ich cooler irgendwie. Mal was anderes. Wie ihr das rankriegt. Alles im Anfängervideo. Ihr werdet sehen, das ist so einfach. Ihr steckt euch die Sachen wirklich nur rauf und näht Stück für Stück. Ganz langsam und tiefenentspannt. Kriegt ihr hin. So, ihr könnt doch an die Taschenpaten machen. Habe ich hier nicht gemacht. Ihr könntet hier noch ein Stück ran nähen. Wir haben hier auch wieder mit dem Kreuzstich, was er bei dem anderen Bläser gesehen hat, wirklich alle Nähte gemacht. Der ganze Bläser sieht anders aus. Macht es einfach. So, schaut mal. Wir haben hier das komplette Rivière gemacht. Ringsrum, auch unten. Haben die Mittelnähte. Ihr habt diese Nähte. Schaut euch die an. Verziert die Taschen oben und unten. Die Nähte von dem Tuch sowieso immer. Und die Ärmelbünchen und den hinteren Ärmel. Ihr habt immer diese Naht. Nutzt die. So, ihr werdet sehen, ihr habt die vorgegebene Nähte. Und mit diesen dünnen Wundernadeln kommt ihr nicht ins Futter. Schaut mal, die sind alle gefüttert. Ihr kommt fast nie unten durch. Und wenn, ist es auch nicht so schlimm. So, hinten auch. Ihr habt immer eine teilierte Form. Der Bläser, der sonst gerade geschnitten ist, sieht aus, als wäre er teiliert. Probiert es aus. So. Das war meine zweite Idee. Also mit dem Tuchbesatz. Dann haben wir mal komplett Tuch gefüttert. Das zeige ich euch mal jetzt vor dem letzten Beispiel. Schaut mal. Anzüge. Den habe ich mal komplett, komplett, komplett genäht. Aber ihr könnt auch einen Hosenanzug nehmen, den ihr schon habt. Und eine super Idee ist, die zu füttern. Schaut mal, was wir hier gemacht haben. Wir haben den super mit den Tüchern gefüttert. Seht ihr, dass sie toll aus sieht? Man zieht ja im Bläser auch mal aus. Und das sieht immer cool aus. Einfach tolle Knöpfe, wenn ihr keine Tollwände drauf habt. Wir haben hier ganz tolle Chanel-Knöpfe. Die haben wir draufgesetzt und haben dazu passend dieses tolle Futter gemacht. Ihr könnt euch das auch noch mal angucken. Denselben Anzug habe ich in weiß, blau und in dem rot genäht. Bei Chanel-Weiß ist noch mal alles drin. Da könnt ihr euch noch mal ganz genau angucken. Ihr braucht ungefähr vier Tücher zum Füttern. Holt euch die. Das sieht super aus. Und die liegen nicht mehr im Schrank. Wenn ihr nur eins habt, könnt ihr nur ein Mittelteil füttern. Schaut mal, wie irre das aussieht. Einfach mit Tüchern gefüttert. Das war meine dritte Idee. Also die Knöpfe. Auch wenn ihr Sachen habt, wo eigentlich nichts mehr rum und nichts mehr dran ist. Aber da sind tolle Knöpfe dran. Macht bitte die Knöpfe ab. Macht euch eine Knopfkiste. Irgendwann braucht ihr die nochmal. Ich mache mir die immer so mit dem Fahnen alle zusammen, dass ich ein Set habe. Und dann weiß, wo die hingehören. Schaut mal, hier haben wir so viele Knöpfe verbraucht. Die waren an einem alten Chanel-Kostüm. An einem anderen Chanel-Kostüm dran. Aber nicht wegwerfen. Aufheben. Die sind so super Qualität, die Rosten nehmen. So. Das war die dritte Idee. Und dann habe ich hier noch eins. Das waren langer Bläser und ein langer Rock. So. Und diesen Bläser haben wir einfach unter der Brust, also in der Mitte hier, messt ihr euch aus, abgeschnitten, abgerundet und haben eine kleine Bolero-Jacke draus gemacht. Aus einem langen Bläser. Schneidet die einfach ab. So. Schaut mal. Und genau der Rock. Wir haben den Rock einfach gekürzt. Haben den kurz gemacht und haben was Poppiges draus gemacht. Und damit es nicht ganz so lang möglich ist, schaut mal. Hier drinnen seht ihr das auch. Das sind Einsätze. Das ist ganz normales Geschenkband. Schaut mal. Kriegt ihr für einen Euro in den Discountern. Dieses ganz normale Band setzt ihr drauf. In irgendeiner Farbe. Kann alles mögliche sein. Und dann haben wir dasselbe Band gehabt. In grünem Gold. Und haben das nochmal auf die Seite gesetzt. Alles mit der Hand. Seht ihr das? Ihr setzt die Seidenbänder einfach nochmal ab. Mit Baumwollband. So. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, so wie ich das hier gemacht habe, Sticker holen zum Aufbügeln. Nicht Aufbügeln, bitte annähen, damit ihr auch nach dem Waschen halten. Die kriegt ihr auch. Die sind zum Bügeln. Die könnt ihr drauf machen und dann geht ihr nochmal einmal mit der Nadel rum. Also, gibt es in jedem Großvalladen. Wenn ihr möchtet. Das habe ich noch als kleines, kleines dazu gemacht, weil ich hatte die Knöpfe mit dem Anker. Und dazu passend habe ich dann einfach nochmal in die Ärmel. Sieht aus wie so ein kleines Marinekostüm. Aber total süß angezogen. Und war ein langweiliges, rotes Kostüm, was ich im Schrank hatte. Also, schmeißt eure Kostüme nicht weg, sondern peppt die auf. So, seht mal, hier habt ihr einfach nur an der Seite. Der ganze Rock sieht komplett anders aus, wenn ihr das in die Seiten. Ihr trennt einfach die Seiten einmal auf und setzt diesen Streifen mit ein. Dann habt ihr aus dem Rock, wo nichts dran war, ein Set mit dem Laser, was super aussieht. Probiert's aus. Kann man zu jeder Business-Veranstaltung anziehen. Schöne hohe Penzer zu sehen. Die immer ein Popgoes. So, das waren meine vier Ideen für heute zum Thema Bläserrot. Wir machen von all dem nochmal Fotos. So, und stellen die bei Instagram ein. Guckt unten einfach, das ist verlinkt. Schaut euch die Fotos an. Ihr könnt die Fotos ranzoomen und dann nochmal ganz genau gucken, was ich gemacht habe. So, und dann hoffe ich, dass ihr das kopiert. Holt eure Sachen aus dem Strang und macht was Tolles daraus. Setzt euch zusammen. Schickt die Videos, wenn ihr möchtet, an eure Freunde, dann mach ich auch immer. Und dann trefft euch abends. Jeder bringt irgendwas mit. Viele, viele Köpfe, haben viele, viele tolle Ideen. Man hat einen tollen Abend, man trinkt was, man plauscht und macht nebenbei Handarbeiten. So, und ihr könnt euch so aus euren Sachen, die ihr eh schon habt, tolle Sets machen. Und wir haben ganz viel drin, wo passend die Handtaschen dazu sind, passend die Schuhe. Schaut euch das an. Ihr könnt wirklich aus allem was machen. Schmeißt bitte nichts mehr weg. So, okay. Schaut euch das bei Instagram an. Kopiert es euch für die, die mit Nadel und Fahnen nicht so bewandert sind. Dem bieten wir an. Also, wir machen das nur für diese Kose. Alle Videos, alle Sachen, die wir machen, da sitzen wir jeden Abend hier und nähen mit der Hand. Diese Sachen und nur diese Sachen, die bieten wir zum Verkauf an, damit wir uns wieder neue Materialien holen können. Das heißt, ihr könnt diese Sets bei Instagram bestellen und die schicken wir euch dann zu mit dem gesamten Infomaterial. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal machen wir nochmal Trench-Codes. Und wir haben noch einen Gläser im Bordeaux mal gemacht, einen größeren. Schaut einfach rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.